Wir sind alarmiert worden, VU-Personen eingeklemmt, ein PKW gegen LKW. Bei einem Treffen hat sich herausgestellt, dass der LKW in den Graben gefahren ist, der PKW auf der anderen Straßenseite steht, beschädigt ist, der LKW-Fahrer ist nicht verletzt gewesen, im PKW war eine verletzte Person, aber nicht eingeklemmt. Betriebsstoffe sind ausgelaufen, sprich Öl, Kraftstoff, Kühlflüssigkeit, die von uns erstmal abgestreut worden sind. Alles weitere ist dann nicht mehr unsere Aufgabe.